ja und jetzt sind wir am skywalk chiang khan lasst uns mal schauen ja Vielen Dank. Liebe Zuschauer, hier kurz noch ein paar Anmerkungen zu unserem Video vom Chiang Khan Skywalk. Wir sind von Udan Thani aus ca. 3,5 Stunden mit dem Auto in die Provinz Loai gefahren, dort eben unter anderem um diesen Skywalk hier zu besichtigen. Dieser Skywalk ist 80 Meter lang, zählt zu einem der längsten dieser Bauart und wurde im Oktober 2020 eröffnet. Viel Spaß weiterhin mit dem Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.